hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute für auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel world series of poker ich habe es hier gerade schon heruntergeladen habe schon mal weiter gedrückt um zu schauen ob da vielleicht noch updates drin vorkommt einer kam auch drin vor und ja dann habe ich mich schon mal registriert und durch euch das sein also mehr weiß ich nicht nur registriert und wird stefan ja so heiße ich aber ich möchte reddog genannt werden ich denke meist gibt es zu viel stefans nice to meet you reddog auf englisch ok das ist anscheinend mit viel werbung ich fange mit einer million an die 20.000 habe ich gerade gewonnen so musik ich möchte aber nur mit 50.000 spielen ich bin hier komplett für so ein tickboard haben die hier keine musik ach nein oder ja ich habe gewonnen wie oft kann ich denn drehen 10.000 einsatz 6000 kronen ok gut aber jetzt wollen wir ja pokern 14,000 amore 8 11 20 25 23 24 24 23 24 24 ich muss jetzt noch warten auf leute und das schon mal gut man spielt hier gegen richtige menschen weil ich habe noch einen anderen programm auf mein handy und da spiele ich gegen die ki also ist nur gegen der ki die ganze zeit und das ist auch wie voll doof das ist dann wahrscheinlich das wappen hier ich muss mich über facebook anmelden warum ist man facebook zeichne ich dann auch hier drin also bei vielen kann man ja sein eigenes bild rein machen und das mache ich halt mit mein facebook bild facebook teil flaggen da deutschland hier gibt es gar nicht indonesien ach da ich kann es anfangen das auch der eine es ist ich kann es anfangen das auch der eine der nach Las Vegas geflogen ist, der Europäer, der gewonnen hat. Also ich glaube, Lobby. Ich glaube, es wird jetzt gerade keiner spielen. Dann schauen wir uns mal durch, was hier alles existiert. Und my Club. Okay. Free Ship, Daily Free Spin. Club. Also das ist das, was ich zur Zeit kriege. Ich werde dann immer besser mit meinem Level und dann kriege ich wahrscheinlich immer mehr. Da. Ja. Genau. Das habe ich gerade gemacht. Omaha. Ja. 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 Wir 2 spielen. und drei schauen zu und tupia Bei dem tupia mit seiner sofort okay Was geht los Was muss ich machen Um, 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 um Уe, uh, um, 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 um Und jetzt ruhig, um, 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 um Und jetzt nein, du sein Vielen Dank. A fold is Allstein. Check and fold. Underdog. Reddog. Und da fücken wir noch einen. Ach, scheiße. Das ist schon mal gut 2p. Immer noch 2p. Ja. Ich hab gewonnen. Los. Ich gewinne. Ich hab verloren. Das ist gut. Ah, das ist scheiße. Check fold. Checking kann man ja. Oh, ich hab zwei Paar. Aber ein Drilling Paar. Wenn einer eine 10 hat. Drilling Paar. Ein Paar mit. Na 3. Oh. Oh. Ja. Ich hab gewonnen. Karo. Karo. Karo ist gut. Ist aber auch nur gut, wenn Karo kommt. gut. Okay. Checken. 4, 8. Checken. 4, 8. Checken. Oh. Ja. Das war Karo. Ja. Noch ein Karo. Noch habe ich die höchste Karte. Ich hab immer noch die höchste Karte. Haha. Jawohl. Ich hab ein Flash. Ich wollte ja erhöhen. Wie ging das? 8 und 9. Das ist. Hm. Komm probieren wir. Schauen was da kommt. 8, 9, 10. Checken. Ein Paar. Ein 8er Paar ist scheiße. 8, 9, 10. Bube. Nein. Da fehlt eine Zahl. Hm. Komm. Probieren wir. Ich möchte mal gucken, ob da irgendwas geht. Eine goldene Karte. Ich hab auf jeden Fall ein Paar. Hm. Ne. Das ist nur ein 10er Paar. Und das war noch das zweitkleinste was da wäre. Lobby. Ok. Ich hab gewonnen. Ui. Später. Später. Posten. Nicht jetzt. Ich soll darauf drucken. Ok. Äh. Hm. Hm. Bisschen warte. Was ist das das da? Dankeschön. Ich hab 1,7 Millionen. Ja. Ich bin reich. Kann ich jetzt was machen? Immer noch nicht. Ah. Jetzt. Dann schauen wir mal nach. Wir waren hier. Das sind die Regeln. Da waren wir ganz am Anfang. Da muss ich warten bis Leute kommen für ein Spiel. Hier ist direkt spielen. Und Omaha. Probieren wir mal aus. Das ist ja auch direkt spielend. Das hat 1,8 Millionen. 2,3 Millionen. 4,7 Millionen. 4,7 Millionen. Er hat einen K. Er ist der König. Die haben die Queen. Und. Wir drei sind die Buben. Aber ich bin Bube 3. Bei denen sieht man nur Bube. Also man sieht wahrscheinlich nicht die Rangfolge. Wie hoch man ist. 2. 11. 3. 2. 1. 2. Oh, Fault. Sind die verrückt, gleich mit so viel Geld reinzugehen. 8, 9, 10. Und alles verschiedene Farben auf der Hand. Das kann doch nicht sein. Okay, bei denen kriegst du auf jeden Fall 4 auf die Hand. 4 Karten. Oh, ich hätte ein Drilling gehabt. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Man darf nur eine von den Tisch nehmen. Ich glaube, du darfst nur eine von den Tisch nehmen. Dann hätte ich also ein paar. Schauen wir mal, was die anderen da sagen. Ah ne, man darf auch alle von den Tisch nehmen. Okay. Jetzt haben wir hier zwei Herzen, Bube, Dame. Wenn ich eine 10, wenn eine 10 hier in der Mitte lege, dann könnte ich vielleicht eine Straight schaffen. eine 10 ist da. Jetzt fehlt nur noch eine 8 oder ein König. Eine 8 oder ein König, keine 9. Acht oder ein König. Acht oder ein König. Nein! Ich habe verloren. Ich habe nichts. Ich habe ein paar. 3, 4, 5, 6. Nichts. 50.000 weg. Okay. Gut. Jetzt wissen wir, was das ist. Omaha ist mit vier Karten auf der Hand. Hm. Aber die Werbung hier. Kommt noch eine Werbung? Ne? Gut. King of WSOP 6 Millionen. So viel habe ich gar nicht. Ich habe nur noch 1,6 Millionen. Regeln. Checkpoint. Checkpoint. Event ends in one day hier hat man Missionen ich verstehe ich müsste jetzt noch was war das gewesen für eine Mission play hands play hands also all in oh das ist cool ich habe ein ganzes Geld genommen Scheiße Scheiße Rollen ich habe zu lachen ich habe zu lassen ich habe es nicht ich habe es nicht ich habe nicht mit meinem Geld gespielt. Das ist doch gut. Ah. All in oder Fault. 40.000 Einsatz. Das ist alles All in oder Fault, ja. Call. Und jetzt geht einfach nur All in oder Fault. Fault. Call. König Ass. Schon mal sehr gut an Anfang. Naja, was sehr gut ist. Name. Ah, Fault. Checken. Ich habe eine 2 ein paar Mal. All in. Ah. Ich bin aus. Mhm. 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 Okay, okay. Werbung. 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 Was kommt da noch für Werbung? Nochmal Werbung? Nein. Dann könnte ich das noch spielen und dann bin ich schon fast pleite. Okay. Wir bezahlen das. Und. Und. Das sind welche. Call. Fold. Und. Und. Du. Und. Du. Und. Du. Checken, ein paar checken, also checken kann man auch, gut, mhm, ich hätte nur die höchste Karte, ein paar, checken, zwei paar, das ist schon mal sehr gut, dann noch Königpaar, König 5, mhm, das ist nichts, checken, es wird nur Königpaar schehen, oh, das ist doch, ich gehe auf Peak, mhm, checken, ein paar, den hat jeder, also nichts, zwei hat jeder, hm, ein Million Einsatz, what, checken, 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 okay, weißt du mal, wenn ich rausgehess, mein Geld weg, ja, seltsam, hm! Ich habe ein paar, ah ne habe ich gar nicht, ich habe nichts. 1,5 Millionen, alles kreuz, in einer zwei kreuz geht er gleich all in, also keiner hat zwei kreuz, ich hätte nur ein paar, er hat zwei Paar. Oh, zwei Herzen, checken, ach Mensch, ein paar, okay, all in. Und verloren. Gut, mein Geld ist weg, so schnell geht das. Ist ja voll lieber all in gemacht, was ein bisschen besser aussah. Hm, egal. So, jetzt haben wir noch 250.000, aber wir haben gut alles weggeräumt, das Geld. Werbung, Werbung. Okay, den haben wir gemacht. Ähm, ich darf mir hier einen Gewinn abholen, habe ich gelesen. Nicht schön. Nein, darf ich nicht. Schweinerei. Also haben wir das alles durch, was ist denn das? Kaufen? Ja. War ja klar. Und das? Hm, wieder Werbung. Also immer wenn auf das Hauptmenü kommt, kommt Werbung. Immer noch Werbung. Immer noch Werbung. Immer noch Werbung. Okay. Was ist das bei Spezial? Werbung. Spezial? Oh, nochmal Werbung. Noch mehr Werbung. Okay, dann schauen wir mal. Aber Spezial war ja nichts. Schau ich jetzt mal das an. Das sind alles so Missionen. Ich habe ein Paket. Aufmachen, ja. Okay. habe ich das geld wieder schweinerei warum solchen da ja was machen wir nicht das geld noch nicht mal kriege 5 karten empfehlen naja da waren wir gerade drauf bei poker recall könnt ihr mir die nachricht mega bonus bestimmt einmal am tag drehen ach so wenig nur ok und was ist das? daily blitz pick the best hand of energy jackpot ok 15 sekunden zeit bring it good luck ok könig könig puke dame szenen fehlt der hier ach so ich hab ach der läuft 15 sekunden runter und dann muss die ganzen besten hände raussuchen ach soo ich verstehe 30 sekunden das sind meine handkarten ok 17 sekunden ok ah das war's ach schon wieder fast eine Million na gut ok das war das spiel da ist vip bestimmt auch für geld freikaufen hier ist einstellungsvibration mein rechner vibriert gar nicht gut dann sage ich mal ich gehe hier raus quit der einzige nachteil bei den spieler ist da ist massen viel werbung immer wenn du auf das hauptmenü kommst kommt eine werbung das ist ein bisschen nervig aber sonst ja poker macht spaß klar ja also dann ich sag mal danke fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn aber nicht so viel spaß und auf wiedersehen ciao